Seit 1997 wird der Lexus RX kontinuierlich produziert. Was es benötigt, um mit einem SUV erfolgreich zu sein, das weiß man bei Lexus also schon besser als so mancher eine deutsche Premium-Konkurrenz, zum Beispiel Audi oder BMW. Allerdings gab es bei ihm immer ein großes Problem. Er war vor allen Dingen hier in den USA sehr erfolgreich, nicht dabei bei uns in Deutschland. Der Deutsche, der ist eben ganz schön speziell, wenn es um ausländische Marken im Premium-Segment geht. Ja, jetzt stehen wir hier vor der fünften Generation und die hat sich nicht nur optisch, sondern vor allen Dingen auch technisch ganz schön weiterentwickelt. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ist die fünfte Generation des Lexus RX richtig konkurrenzfähig, um gegen den Q7, den X5 und den GLE anzutreten? Das wollen wir heute gemeinsam herausfinden. Der X wird bei uns in drei verschiedenen Varianten angeboten. Den Einstieg macht der bekannte Vollhybrid 350H. Wir konnten 2,5 Liter Vierzylinder zum Einsatz und wir haben eine Leistung von 245 PS, also 180 kW. Völlig neu ist der Plug-in Hybrid 450H Plus. Hier paart sich der 2,5 Liter Motor an der Vorderachse mit einem Elektromotor am Heck. Dieser wiederum wird von einer 18,1 Kilowattstunden Batterie gespeist. Ja und das Ganze bringt dann nicht nur Allradantrieb, sondern auch noch eine Systemleistung von 306 PS, also 225 kW. Wir sitzen hier übrigens in der Top-Motorisierung, dem 500H. Anders als in der früheren Top-Motorisierung kommt hier allerdings kein Sechszylinder mehr zum Einsatz. Nein, wir haben hier einen 2,4 Liter Vierzylinder-Benziner. Dieser hat allerdings zwei Besonderheiten. Das erste ist, als einziger der drei kommt er hier nicht mit einem CVT-Getriebe, sondern mit einer Sechsstufen-Wandler-Automatik. Und wir haben hier eine Unterstützung von einem Turbolader. Das heißt, mit der Unterstützung des Turboladers kommen wir hier auf 371 PS. Zwischen Verbrennermotor und Getriebe vorne sitzt ein E-Motor. Außerdem setzt auch die Hinterachse auf ein modulares Paket, bestehend aus einem Elektromotor, dem Steuergerät und einem Getriebe. Das intelligente Allradsystem verteilt nicht nur schön die Kraft auf die jeweiligen Achsen, sondern lenkt auch noch schön in der Hinterachse mit, wodurch der Wagen ein wenig agiler wird. Anders als die deutschen Hersteller verzichtet Lexus vollständig auf eine Diesel-Variante, hat aber wiederum mit dem Vollhybriden ein Alleinstellungsmerkmal. Nicht nur an der Motorenpalette, auch am Design hat sich so einiges verändert. Zum Beispiel hier am Grill. Der nimmt jetzt die Front weniger stark ein und auch die Lichtsignatur, die hat sich ein wenig hier vorne verändert. So sind die Scheinwerfer jetzt nochmal einen Ticken schmaler geworden und stehen weniger steil. Und am Heck, ja, da setzt man jetzt auf eine schicke, trendige Leuchtleiste. Der neue RX, der wirkt auf mich ein wenig schlanker als sein Vorgänger. Woran liegt das? Wir haben zum einen eine etwas längere Motorhaube und der Radstand, der wurde um sechs Zentimeter verlängert. An der Gesamtlänge von 4,89 Meter hat das aber nichts verändert. Dafür gab es ordentliche Änderungen im Innenraum. Und in diesen reinzukommen, müssen wir einfach hier die Tür öffnen. Hinter ist ein Knopf, den drückt man ganz einfach und schon kommt man rein. Kommen wir direkt zu den in meinen Augen am allerwichtigsten. Lexus hat ihr Bediensystem überarbeitet. Das vorige, das war mir einfach zu überladen. Da gab es einfach zu viele Knöpfe. Ich bin zwar ein Freund von Knöpfen, aber das war einfach zu viel. Was haben wir jetzt also hier? Wir haben ein 14 Zoll Touch-Display mit einem neuen Prozessor. Hier geht alles relativ fix. Ja, wie gesagt, alles Touch und HD-Grafik. So, und was habe ich hier noch? Ich habe hier noch richtige Regler für zum Beispiel die Klimastörung, Lautstärke und ich habe hier noch unten so ein paar Knöpfe. Das ist in meinen Augen der perfekte Mittelweg. Außerdem ist der Aufbau relativ simpel. Ich weiß direkt, wo ich hin touchen muss, um irgendwas zu finden. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Schauen wir uns weiter um. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass die Mittelkonsole relativ groß ist. Ich habe aber hier ordentlich Verstaumöglichkeiten. Das wiederum ist von Vorteil. Trotzdem, so einen Ticken mehr Platz hätte ich mir doch gewünscht. Jetzt aber wieder was praktisches. Schaut mal, wenn ich hier die Armlehne, die Mittelarmlehne öffnen möchte, geht von beiden Seiten und hier drunter ist noch mal ein riesen Platz mit ordentlich Stauraum. Übrigens, die Verarbeitung, das gefällt mir richtig gut. Das macht einen richtig schönen Eindruck. Auch hier so ein bisschen Stoff mit drin. Und was auch mal ganz nett ist, kein Klavierlack. Hier sieht man dann die ganzen Fingerabdrücke nicht drauf. Ja und die Sitze, die machen auf jeden Fall auch einen recht angenehmen Eindruck. Also da kann ich jetzt gerade auch erstmal nichts Schlechtes zu sagen. Da würde ich doch mal sagen, switchen wir doch mal nach hinten und schauen uns an, wie es da hinten aussieht. Ach ja, und wenn wir nach hinten wechseln, um die Tür zu öffnen, muss man einfach hier einen Knopf drücken. Und sollte dann jemand im toten Winkel sein, öffnet sich die Tür nicht. Natürlich gibt es auch noch eine Notentriegelung in die andere Richtung. Im Vergleich zum Vorgang haben wir hier hinten laut Datenblatt ein Zentimeter mehr Beinfreiheit. Gut, das wird man jetzt wohl kaum merken. Aber wie fühlt es sich denn für mich hier hinten an? Also ich würde Beinfreiheit definitiv als mehr als ausreichend einschätzen. Ja und so fühlt es sich erstmal komfortabel an. Ich kann mir hier noch die Armlehne runterklappen. Ich habe hier dann meine Becherhalter drin. Ich habe hier sogar ein kleines Staufach noch drin. Das ist alles ganz nett. Was ich aber finde, ist, dass wir recht wenig Kopffreiheit in diesem Fahrzeug haben. Gut, wenn ich mich ein bisschen freier fühlen möchte, dann hab dann das Glasdach und ja, dann fühle ich mich zumindest ein bisschen freier. Was aber immerhin wieder positiv ist, wenn ich vielleicht zu groß bin mit dem Kopf oben dran komme, dann lehne ich mich einfach so ein Stückchen weiter zurück, mache es mir bequem und dann passt das auch wieder. So und jetzt würde ich sagen, werfen wir noch einen Blick in die Änderung vom Kofferraum. Die Ladekante, die ist jetzt drei Zentimeter weiter unten und die Ladefläche, die ist um fünf Zentimeter länger geworden. Das Vorgängermodell, das kam zwar mit V6 und 313 PS Systemleistung, allerdings war es auf der Autobahn eher ein bisschen nervig damit zu fahren, weil einfach gerade auch durch das Getriebe die Geräuschskulisse ziemlich hoch war und es auch einfach ziemlich träge war. Hat sich das jetzt geändert? Also ich finde allein schon, weil wir jetzt hier diese sechs Stufen Wandler Automatik haben, ist der Wagen einfach deutlich besser im Anzug. Ich gebe Gas, aha, ich merke direkt eine Resonanz und ihr habt es auch gerade gehört, die Geräuschskulisse, die war nicht so extrem. Was mir besonders gut gefällt ist, dass ich jetzt wenigstens auch hier die Shift Paddles mal ordentlich nutzen kann hinterm Lenkrad und die auch eine gewisse Sinnhaftigkeit haben. Schauen wir mal, was sich ändert, wenn ich mal hier auf die Fahrmodi gehe. Wir haben hier Sport, Eco und Normal. Ich stelle den Wagen mal auf Sport um. Ich merke, aha, direkt ein etwas direkteres Ansprechverhalten. Auch ein bisschen kernigeren Ton. Macht sich das ein bisschen in der Lenkung bemerkbar? Ich finde sie generell sehr weich. Also ich habe hier relativ viel Spiel. Lexus hat den Schwerpunkt des neuen RX um 15 Millimeter nach unten gesetzt. Dadurch soll der Wagen ein bisschen besser auf der Straße liegen. Was ich in dem Zusammenhang auch erwähnen muss, ist vielleicht die Abstimmung dieses Fahrzeugs und wie er federt. Ich finde nämlich, dass er sehr nach dem amerikanischen Geschmack ausfällt. Deswegen, weil er sehr komfortabel federt und sehr weich dabei ist. Das heißt, wenn ich über eine Bodenwelle fahre oder so, dann wippt das immer so ein bisschen nach. Und das ist für mich irgendwie relativ typisch, wie es halt so die Amerikaner. Vielleicht noch ein paar Dinge, über die wir sprechen sollten, die nicht direkt mit dem Fahrverhalten zu tun haben, die mir hier aber bei der Fahrt aufgefallen sind. Das eine ist, ich kann hier oben den Rückspiegel umklappen, habe da eine digitale Anzeige. Ist mal ganz praktisch, wenn ich den Kofferraum richtig voll habe. Da kann ich nach hinten raus immer noch was sehen, aber so zum Fahren ist das jetzt nicht gerade meine Präferenz. Mit den Knöpfen hier am Multifunktionslenkrad, da wechselt dann die Anzeige im Head-Up-Display, nicht hier unten in dem Display. Und darüber kann ich dann zum Beispiel die Fahrmodi wechseln oder ich kann die Assistenzsysteme aktivieren. Allerdings sind die Berührungen hier sehr empfindlich, weil das auch mit Touch funktioniert und nicht nur direkt über dieses Druckgefühl. Und das kann dann schon ein bisschen nervig sein, wenn er dann bei der Fahrt versehentlich mal drankommt. Lass uns mal noch kurz über den Verbrauch sprechen. Ist ja kein uninteressantes Thema, da dieses Fahrzeug hier ein Vollhybrid ist. Das heißt, ich möchte eigentlich effizient sein. Es ist aber auch die Top-Motorisierung, also auch eine gewisse Sportlichkeit an den Tag legen. Ich habe extra mal den Bordcomputer auf unsere System wieder umgestellt, dass hier nicht Gallonen angezeigt werden. Und hier steht jetzt, dass ich 8,1 Liter verbraucht habe. Den Wert finde ich eigentlich recht passend für dieses Fahrzeug, für die Größe, für das Gewicht. Also ja, das wäre auch das, womit ich ungefähr gerechnet hätte. Mit dem Blick auf den Verbrauchswert würde ich sagen, es geht weiterhin, dass wir mit diesem Fahrzeug hier schön sparsam und effizient unterwegs sind. Gleichzeitig aber ist er definitiv autobahn-tauglicher geworden und das einfach dank dieses Getriebes und der Turbo-Unterstützung. Das finde ich schon eine feine Sache. Schafft es der Lexus RX in seiner fünften Generation endlich auf einer Stufe mit Audi Q7, BMW X5 und Mercedes GLE zu sein? Was ich euch sagen kann, ist, dass er hier auf jeden Fall ein ordentliches Update bekommen hat. Ich finde das neue Getriebe tut diesem Wagen unheimlich gut. Er hat endlich diese gewisse Sportlichkeit, die ich zumindest bei der Top-Motorisierung auch erwarte und kann gleichzeitig immer noch ganz entspannt unterwegs sein. Außerdem habe ich mich hier ganz schön in diesen kupfernden Farbton verliebt. Aber das ist eine andere Sache. Kommen wir noch zu dem Thema Preise. Ich kann ihn euch noch nicht verraten. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass sein Vorgänger bei rund 65.000 Euro gestartet ist und damit ungefähr 10.000 Euro unter dem Einstieg der deutschen Premium-Konkurrenz lag. Der neue Preis wird sich an diesem orientieren. Und wenn wir Glück haben, startet er hier also auch wieder unter dem der Deutschen. Und das ist natürlich auch schon mal ein guter Vorteil. Und ich würde es Lexus wünschen, dass er endlich auch das Standing bei uns in Deutschland bekommt, das er hier in den USA hat.